Ich bin Christoph, ich studiere Tourismusmanagement hier in der Hochschule im sechsten Semester. Ja, und ich bin Philipp, studiere Verwaltungsökonomie, ebenfalls im sechsten Semester im Fachbereich Verwaltungswissenschaften. Wir sind beide Mitglied im RCDS. RCDS steht für Ringchristlich Demokratische Studenten. Wir sind bundesweit und landesweit organisiert und arbeiten hier in Sachsen-Anhalt mit den Universitäten in Magdeburg und Halle zusammen. Und außerdem gibt es jährlich auch Bundesdelegiertenversammlungen, wo sich alle Delegierten des RCDS treffen, wo man auch auswendige Rude kommend sehr gute Kontakte nach Deutschland knüpfen kann. Ja, also hier im RCDS haben wir einen vierköpfigen Vorstand. Ich ehemaliger Gruppenvorsitzender, Christoph aktueller Gruppenvorsitzender. Mit rund 40 Mitgliedern organisieren wir Diskussionsrunden, haben regelmäßige Gruppenabende, RCDS on Tour, die Jahresabschlussparty. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, hier beim RCDS mitzuwirken. Also besonders schön im letzten Semester war unser RCDS on Tour. Da waren wir im Heidepark-Soltau gewesen und haben auch erstmalig externe Studierende mitgenommen, also Studierende, die nicht Mitglied bei uns sind. Da gab es wirklich schöne Austausche. Wir haben Neumitglieder gewonnen und es war wirklich eine gelungene Veranstaltung für alle. Ja, also im RCDS kann man, denke ich, sehr viele Sachen auch für sein späteres Leben mitnehmen. Unter anderem einfach, wie man in einer Gruppe gemeinsam Projekte organisiert und umsetzt. Vielfältige Möglichkeiten, einfach in den Gruppenabenden auch in Diskussionen einzusteigen und sich dort mit anderen Leuten einfach auszutauschen über vielfältige Themen. Und ich denke, da kann man einiges mitnehmen. Am besten kann man uns kontaktieren über Facebook, auf der Facebook-Seite RCDS Hochschule Harz. Kann man uns gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten haben wir hier in der Hochschule auch einen Briefkasten. Oder man kann uns auch ganz einfach auf den Campussen in Wernigerode und Philipp in Halberstadt ansprechen. Genau. Wir sind auf jeden Fall interessiert an Neumitgliedern und würden uns freuen, wenn wir auch demnächst ein paar neue Leute begrüßen können bei uns in der Gruppe. Wir sind immer offen für neue Ideen, neue kreative Vorschläge und freuen uns auf euch. Vielen Dank.